Leute, Elmine ist jetzt im Clan, Leute, ne? Elmine, sag mal was. Was geht? Das ist richtig. Okay, Spieler. Niemand kommt an mit den Lappen. Ach, hau, schräg 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 schräg. Äh. Warum darf ich schlecht? Nein. Hm, Prinzessor. Hm, Estressor. Ich wüsste nicht. Ach, ne. El2. Alter. Nein, nein, warum Hängegleiter? Ich wollte grad was machen. Ich hab nur einen Kill gegen dich gemacht, Alter. Bis jetzt. Ich hab fünf gemacht. Ja, lass aber nichts mit Hochbau machen, weil da muss ich dich wieder runterschießen. Darauf hab ich keinem gesagt. Ja. Dressor. 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 Und? Dressor. Erst Baumeister, das hör ich jetzt schon. Ich bin das Baumeister, das merkt man richtig an den Tasten. ich kenne mich halt damit auskappen wie ein pro kapper ich bin einfach der krasseste kappe viele kappers wanders dann war so close alter waren nicht klasse aber drauf das ist noch nie mit l2 klärt alter jetzt ist rasiert nein 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 du triffst auch was hier in schutznückel hast du 8 0 abhängig hatte Theoretisch kann ich jetzt streamen. Hä? Jo, was ist mit meinem Sniper eigentlich? Ja, dankeschön, aber warum keinen Hitschocken? Marlin wollte das nur, dass er auch in den Klang kommt. Ich weiß. Ist doch kurz im Müll, Alter. Warum weißt du das? Weil du mit mir darüber redest. Zeit? Ich check gar nichts grad. Hä? Egal. Aber wie kann man... Wie kann man überlegen, ihn in die Klasse zu lassen, Alter? Oh, mein Aim! Alter, was ist mit meinem Aim los? Elf, 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 Elf! Lass doch mal extra mit dem Sniper. Aber trotzdem Elf fährt bei mir. Elf, Elf, Elf. Da, da, da und jetzt. Komm. Du bist aufs genommen. Ich soll euch einen auf den machen? Was ist das? Mindy? Nein, Spaß. Ich höre hoch. Ich hab keinen Bock auf die. Heu debt zu mir. Ich habe keinen Bock auf denовалиkampen. Das ist mein Aim! Oh, Junge, ich find' krass und schlecht. Wie viel Kills? Drei. Ich hab neun. Das ist das Dreifache. Ich weiß doch, in der Grundschule, wir hatten so einen Jungen, der müsste auf die Schweißwacherwende gehen. Er hat einfach mal mit meiner Arbeit gesungen. Ich schwimme an die Werk. Ich bringe den Glück. Er hat einfach mal mit der Arbeit in der Klasse rumgespringen, Alter. In der Grundschule. Ich hab so kaputt gelacht. Aber der größte Idiot, hat jeden geschlagen. Wie hieß der? Damien. Er ist im Heim. Ich kenne. Das war auch im Fußballtraining, Alter. Er hat sie nur fünfmal dieses Jahr richtig machen können. Du, was ist mit deinem Aim los? Geil, gell? Das ist krank. Oh, okay. Das war auch gerade krank. Kommen mit der Sniper. Hä, bin nicht schlicht. Einmal bitte aus dem kleinen raus. Nicht was. Einmal bitte aus dem kleinen raus mit Schokosauce. bitte ein mann aus guck mal gucken wieder kommt ich komme jetzt einfach zu den richten spieler hast du diesen sieben ich habe diesen jena wenn auch season 10 oder ja leute das was mit dem video das gefallen hat leidenschaften jetzt